Hallo, Lars vom Kanal Lars fotografiert und filmt und in dem kurzen Video geht es um ein bisschen mein Tipp zum Thema Landschaftsfotografie. Nicht immer nur Weitwinkel, denn folgendes. Solche Bilder mache ich super gerne und das ist natürlich auch sehr eindrücklich, wie sich der Rhein da langzieht, die Schiffe und alles. Und das war auf meiner Rheinsteigwanderung, die ging über drei Wochen. Da habe ich dann auch das Bild gemacht und dann auch das Bild und natürlich verbinde ich damit tolle Erinnerungen. Allerdings muss ich sagen, wenn ich das irgendwo zeige oder wenn ich dann auch selbst selber das dann später durchblätter, dann wird das sehr schnell langweilig. Weil es ist immer der Rhein, es ist immer die Schiffe, es ist immer da entsprechend lang. Das ging mir zum Beispiel auch in Südengland so. Ihr findet die ganzen Reiseberichte auf meiner Homepage Lars-Schlageter.com. Da ist es toll, wenn du da an der Küste langläufst, du kommst ums Eck, wunderbar die Klippen, die Landschaft, das Meer. Da habe ich tausende Fotos geschossen, aber ehrlich gesagt, die kann man sich daheim fast nicht anschauen. Die sind dann echt langweilig. Ja und dann war es neulich so, auf dem Spaziergang sagte meine Freundin zu mir, fotografiere doch mal diese Bäume. Ja, das sieht toll aus mit den Misteln. Dann habe ich das erst so gemacht. Dann habe ich meine, wieso soll das jetzt toll aussehen? Das ist irgendwie so, man weiß eigentlich nicht, was da jetzt fotografiert wurde. Es ist, ja man weiß, wie sind es die Leute, der Schnee, womöglich das Hochhaus da hinten. Es kommt nicht so richtig rüber. Aber sie hat ja eigentlich so gemeint. Und so wirkt das schon ganz anders, finde ich. Da haben wir den tollen Himmel im Hintergrund und dann diese Misteln im Vordergrund. Das ist klarer. Das ist nicht so dieses Suchbild und dieses so, ach ich zeige, jetzt hat man die Landschaft fertig. Und ich finde das Bild wesentlich interessanter. Zum Beispiel auch das hier, das habe ich auch im Rheinsteig gemacht. Da geht es einfach um den Traktor, der eigentlich sehr klein vor diesem wirklich fulminanten Himmel, finde ich. Weil das war direkt nach dem Regen, da ist nach dem Regen die Sonne wieder rausgekommen. Und ich finde, das sieht man dann auch an diesem, ja, an diesem Bild sehr gut. Das gefällt mir sehr gut. Das ist auch eher gesumt und kaum weitwinklig. Und ab und zu mache ich das und ich sollte das, finde ich, auch öfters machen. Und ich rate ja das auch dir, nicht immer nur diese Standard-Weitwinkelaufnahmen zu machen von der Landschaft. Denn oft wirkt es interessanter. Auch hier, das ist direkt von gestern. Das ist der Gesamteindruck. Das war ein riesen Panorama von so einem Aussichtsturm runter. Eigentlich Aussichtsturm, Aussichtsplattform. Und da habe ich einfach nur einen Ausschnitt gezoomt. Habe das auch kaum bearbeitet. Habe das einfach so ein bisschen, den Blauanteil noch ein bisschen erhöht. Kontrast ein bisschen erhöht. Und das ist eigentlich fast so, ja, ich glaube, ich nehme das als neues Hintergrundbild. Ist aber auch stark gezoomt, statt einfach nur dieses langweilige Panorama zu nehmen. Weil das, es war auch diesig, aber hier ist es gar nicht so schlimm, dass es diesig ist. Aber das Normale, das habe ich jetzt gar nicht da, um es euch zu zeigen. Das gefällt mir auch nicht. Aber das gefällt mir irgendwie ganz gut. Und ich glaube, ich nehme das zumindest mal für einige Wochen als Hintergrundbild. Was ich also sagen will, nicht immer nur Weitwinkel nehmen bei der Landschaftsfotografie. Auch ruhig mal zoomen, mal ein bisschen, ja, ein bisschen probieren, ein bisschen ausprobieren, wie der Ausschnitt wirkt. Oft kommt dabei was sehr viel Interessantes raus, wie wenn er immer nur diese Standardpanoramen schießt. Die zwar schön anzusehen sind und auch am Kalender gut aussehen, aber irgendwie, ja, irgendwie halt auch ein bisschen langweilig sind. So viel zum Thema Landschaftsfotografie, was ich zumindest finde, was man beachten soll. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, damit du keine weitere Folge verpasst. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Mach's gut, bleib gesund. Bis bald. Ciao.